Es ist vollbracht. Das waren die letzten Worte von Jesus und das wollen wir jetzt tun im Jahr 2023. Wir wollen diese Worte von Jesus nehmen und eine Konferenz mit euch starten und zwar am 6. und am 7. Januar 2023 machen wir eine Vollbracht-Konferenz. Diese Vollbracht-Konferenz ist zusammen mit Fabian Lößlein und mit mir, Daniel Exler. Wir werden in der FEG in Dillenburg zusammen die Konferenz machen mit Vollbracht. Was erwartet dich dort bei dieser Konferenz? Wir laden euch ganz herzlich ein. Und zwar, wir werden eine gute Anbetungszeit haben. Wir werden starke Begegnungen mit Jesus haben, die Präsenz des Heiligen Geistes und auch persönliches Gebet für Heilung und Befreiung. Sei dabei!